Jo, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir was ganz Besonderes. Und zwar aber unter diesen Tippen und... Warte, 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 warte. Ja, aber stimmt was nicht, stimmt was nicht, Grafik. Lass ich. Dankeschön. Das ist schon besser. Das ist ein Kreativmodus normal. Ah, so, gut. So bin ich hier über und. Entschuldige. Okay, jetzt verstehe ich es. So, wir wollen heute diesen Skin, diesen schönen Link da. Den ich leider nicht dringen kann, weil das nur in 2D oder beziehungsweise in 3D Skin wird. Ich werde gucken, wie ich es mich da für entscheide. Ich weiß so ungefähr aus dem Däschnis, wie es aus dem Rücken aussieht. Wenn ich meine Initialen zumindest weglasse. Ne, ich glaube, ich mache lieber nur in 2D. Der liegt mir besser. Ich werde auch noch eine Pizza machen. Ich habe noch ein komöhnlichen Angebot. Ich habe noch ein bisschen was im Angebot, was das angeht. Aber jetzt brauchen wir erstmal die passenden Blöcke. Die suchen wir uns nachher raus. Ach, jetzt ist mir die Consales-Modus. Müsstet ihr mich eigentlich wieder? Jetzt Abgeordnete. Das war nicht. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020